Der Wetter war ein Fremdölzer, ein Fremdölzer, Lieberkopf. hoch hat Fremdölzer, hoch hat Fremdölzer, hoch hat Fremdölzer! Der heutige Partie ist Georg Kiecher, im Assistieren Robert Kempter und Wolfgang Weiß. Vierter Offizierler ist Georg Schäupt. Und diese beiden Füßen erlauben gleich das Glück, 96 Spieler auf dem Basen zu begleiten. Die Aufruf an der Herrn resoniert von Benediktus Park, Ihr Zentrum für die Seniorbetreuung. Spanierkicker kommen heute von Benediktus Park und dem Anhofer 96 Vaterverein MTV Weber. Spanierkicker kommen heute von Benediktus Park. 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 Spanierkicker kommen heute von Benediktus Park und dem Anhofer 44 Jahres уверagt. Spanierkicker werden heute von Benediktus Park. Spanierkicker kommt heute von Benediktus Park. Spanierkicker wegen besandelt sein Wyoming erklärt. Ruh! Mitte 28, Lars! Ruh! Mitte 32, Leo! Ruh! Mitte 39, Alam! Ruh! Auf unserem Zehner heißt Mirko! Ruh! Mirko! Ruh! Ruh! Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Wenn wir 26 Uhr zurückziehen, gegen Eintracht Braunschweig. Und jetzt bitte ich euch nächste Runde. Lasst uns gemeinsam die Mannschaft begrüßen. Mit uns und eine. Até schon. V.K. Ringeligung! Ruh! 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 Du hast du schon nicht in mir geblieben, du bist du gern mit dem Wort, in dem Wort erläutert, du hast du schon nicht in mein Leben, du hast du schon nicht in mein Leben, aber ich kenne mich noch nicht, du hast du schon nicht in deinem Leben, du hast du schon nicht in deinem Leben, und sie hat alles gebraucht. So weiter bist du uns so vertraut. Mit dir habt ihr nie nur Augen gebraucht. Du schieb'n in den Wald, vom Stöckchen zu schreit. Nicht nur an den Tagen, es geht uns gar nicht. Mein Name ist ein Führer. Und jetzt mach dich auf dein Leben. Und jetzt mach dich auf dein Leben. Ja, das ist ein Führer. Mein Name ist das Führer. Schön, jetzt mach dich auf deinem Leben. Glaubst dir bitte auch ein Führer, denn jetzt mach dich auf deinem Leben. Wenn du auch ein Führer oder ein Führer bist, Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Amen. Das war's für heute. Wohlfühlen! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.